Heute sprechen wir über die besten Waffeleisen. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Waffeleisen. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. In unserem Vergleich haben wir auch mit der WM 311T von Tefal ein Modell mit einem weiteren Alleinstellungsmerkmal. Das zweite von uns getestierte Modell, das Waffeln in Herzform backen kann, ist auch das einzige Modell, das dieses Kunststück erreicht. Aber dieses Waffeleisen hat eine bemerkenswerte Eigenschaft. Es kann gleichzeitig zwei herzförmige Waffeln backen. Die blumenförmigen Platten dieses Gerätes werden vom Hersteller hergestellt. Darüber hinaus haben diese Waffeln eine Antihaftverschichtung, die sich leicht entfernen lässt. Nummer 4. Dieses schlanke und elegante Gummimax 07 841 Waffeleisen wird in Ihrer Küche großartig aussehen. Kompakt 26,2 b 28,5 b 12,2 cm und leicht 1,8 kg eignet sich das vielseitige Waffeleisen hervorragend für jede Küchenumgebung, da es aus einem robusten und langlebigen roten Material besteht. Mit diesem Gerät können Sie zwei bürgische Waffeln genau richtig zubereiten. Dieses Waffeleisen hat ein spezielles Zifferblatt, mit dem Sie den Bräunungsgrad wählen können. Die Rezepte für Waffeln liegen dem Waffeleisen bei. Einige dieser Rezepte finden Sie im Internet. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 für alle, die Waffeln mögen, ist das Waffeleisen 1621 von Glö eine fantastische Alternative. Mit diesem Modell können Sie herzen- oder eine blumenförmige Waffel herstellen. Waffeln sind ca. 16,5 mm x 1,2 mm Großdurchmesser und Höhe. Dieser Typ erzeugt dank einer rotierenden Steuerung unbegrenzte Bräunungsgrade. Es gibt 6 Bräunungsgrade, die von hell bis dunkel reichen. Knusprige und knusprige Waffeln sind ebenso möglich wie die weichen und saftigen Varianten. Nummer 2 bei diesem Modell in unserer Bewertung handelt es sich um das DOH 9047 Wiedomo Waffeleisen. Mit diesem Gerät können Sie zu Hause mühelos quadratische Waffeln zubereiten. Die Architektur dieses Waffeleisens wurde ausdrücklich vom international renommierten Küchenchef Beat Hussendruth entworfen, der alle Faktoren berücksichtigte, die zur perfekten Waffel beitragen, einschließlich der vielen Spezifikationen und Eigenschaften. Das beantwortet die Frage, was dieses Waffeleisen zu bieten hat. Und die Nummer 1 unserer Liste. Sie werden diese Delikatesse zubereiten können, wenn Sie bürgische Waffeln lieben und sie jedes Mal in einem Kaff bestellen. Das Krups Waffeleisen FDD 95 DA12 macht es so einfach, leckere Waffeln zuzubereiten. Es ist eine fantastische Alternative für das Haus. Waffeln, die mit diesem Werkzeug perfekt goldbraun zubereitet werden, sind außen knusprig und in der Mitte klebrig mit riesigen Kratern zum Füllen. Beim gleichzeitigen Zubereiten von 2 Waffeln 10 bis 16 cm hat das Krups Waffeleisen FDD 95 DA12 eine Kapazität von ca. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.